ok alles klar ich hab verstanden ihr wollt ihr alle point hope ok ok point hope na gut dann gehen wir noch mal point hope ja das habe ich das habe ich da habe ich auch alles bereit und ab dafür wenn ihr euch dafür interessiert wie meine einstellungen sind weil wir sind ja hier auch benutzer definiert weil es ja auch recht schön aussieht und die belohnung also der spaß faktor ist doch sehr hoch und zumindest angenehm also auch sehr angenehm zum spielen etwas schwieriger aber nicht zu schwierig es macht echt spaß muss ich sagen dann schreibt mir doch einfach auf dem discord wenn das haben möchte dann natürlich das noch in den foren einfügen so wie es jetzt habe ansonsten wie ich meine einstellung sonst habe habe ich in dem foren könnte auch sehr leicht finden und und habe ich jetzt ja habe ich moment aber hier und hier fehlt mir was da fehlt mir noch was kommt schon box her ja immer wieder kontrollieren hier nicht dass es immer wieder aus geht denn moment das normal jetzt ist angeblieben seltsam dinge passieren unglaublich eigentlich müsste ich jetzt hier so zehn minuten warten vor der tür und dann losgehen weil vorher da passiert ja eh nichts dass ich hier niedrige temperaturen kriege ich meine das finde ich ja vom schwierigkeitsgrad her auch sehr gut eigentlich weil ich jetzt auch erstmal licht amt komm das war doch irgendeine bewegung vom geist oder moment mal aha erwischt eindeutig fingertatschen ha 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 komm her burschi da ist nur noch die frage wo ist er auf der seite oder auf der seite he 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 ich habe fingertatschen yes auf geht es also doch wieder hier wie geil ist das denn wie geil ist das denn das ging ja diesmal schnell wie geil ist das denn wow damit hätte ich jetzt nicht gerechnet aber ich hab vergessen kontrolle juhu schön so jetzt passt auf dann ist es zwilling sämtliche räume noch nicht durchsucht wo möglicherweise der zweite sich umtreibt und naja egal ist halt so aber ich würde sagen da hinten die ecke wo ich buch emf und cam hingelegt hatte das ist eine gute ecke die sollte ich beibehalten und oh ja und dran Sorry, Husten. So. Ja, das wird schon werden. Das wird werden, beinahe sicher. Und das war es eigentlich schon. Noch eine Cam. Und ein Kruzifix nehme ich auch noch mit. Aber ihr habt mitgekriegt, ja. Ich habe das erste Mal eben bei der vorherigen Map überlebt. Hier bei Point Hope. Ich habe wieder Hoffnung. Dass es auch zukünftig besser wird. Das wird schon werden. Doch, 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 doch. Geist, wo bist du? Geist, gib mir ein Zeichen. Geist, gib mir ein Zeichen. Geist, gib mir ein Zeichen. Na gut, ein bisschen bockig. Alles klar. Also Phantom, Jin, Bungee, Portugal, Daemon, Meiling, Hantu, Obake, Goryo und der Mimik können es auch sein. Ja, das werden wir dann mal testen hier. Aber dann muss ich doch Licht ausmachen. Ja, ist vielleicht besser. Für die Orbsuche ist das besser. Wobei für ein Dorf eigentlich auch. Ja, doch, 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 doch. Guck mal rein. Oh, ein Ohr. Ja, mein Ohr. Ein Ohr, Bi, ein Ohr, Bi. Bungee, Hantu, Obake. Ja, Obake, also, wäre schon schön. Den, 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 den. Immerhin ist er ja ganz schön freundlich gewesen und sehr schnell den Fingertaschen zu geben. Was ja Möglichkeiten offen lässt für... Vielleicht kriegen wir ja sechs Finger touchen. Hihi. Wollen wir vielleicht. Und... Ah. Nicht gut zu sehen, glaube ich. Ah, shit. Ah, shit. Aber der Orb ist gut zu sehen. Ganz hervorragend. Ja, Buch ist eigentlich auch gut zu sehen. Da liegt der Stift. Ja, EMF sehe ich jetzt halt nicht. Was soll's. Also, denke ich doch mal, dass ich den nicht sehen kann. Hm, na ja. Wer weiß. Boah, endlich mal hier zwischendurch einen Schluck Kaffee. Äh, Hu, yu, yui. Mal gucken, hat er was an der Tür gemacht. Nooo. Nö? Ich würde sagen, nein. Tür ist unbetatscht. Oh! Ah, das ist doch aber wunderbar zu sehen hier. Ah, wie geil ist das denn? Na, da können wir doch jetzt erwarten, oder? Jo. Aber es sind leider nur fünf Finger. Ja, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit warten. Das ist ja auch Quark. Eidie, weil... Da hat es ja vielleicht auch andere Beweise. Aber wir haben nur noch drei und momentan fünf Möglichkeiten. Was ist es denn nicht? Okay. Das ist Abu. Das fällt aus. EMF. Fällt nicht aus. Dot. Fällt nicht aus. Box. Fällt aus. Okay. Haben wir das soweit geklärt? Ich nehme mal... Ja, mal gucken, ob es ein Banshee ist. Wah! Das mache ich schon dann ja nicht mehr. Schließt ein Foto vom Geist. Uncool. Bei der Zeuge eines Geistereignisses. Naja, gut. Liegt ja nicht an mir. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ich möchte das und dann kriege ich es. Sondern, naja. Wenn es soweit ist halt. Finger-Touchen haben wir eh. Da brauche ich kein Salz mehr. Erledigt. Und... Das sieht so cool aus. So mega cool. Tut mir leid. Ja, sorry. Okay, okay, okay. Warte mal. Ich habe vergessen, eine neue Runde einzuleiten. Läuten. Ja. Das könnte gehen. Mal gucken, ob wir einen Banshee-Schrei kriegen. Okay, paar normales Geräusch haben wir schon. Ja! Ha! Hab dich gesehen! Aber wo es kreuzt, nichts ist. Oder war es ein... Ah, Moment. Oder war es ein Ereignis? Ja. Werde Zeuge eines Geistereignisses. Wow. Hab ich aber trotzdem Glück gehabt. So. Noch höre ich es, als ob ich drinne bin. Immer noch. Kann es funktionieren. Selbst wenn er mich jagt. Ich bin draußen. Ha! Na, ich sag doch, das wird meine... Moment mal. Box? Ihr habt es gehört. Box? Box? Was heißt Box? Wer weiß es? Wer weiß es? Ein Mimic. Ah! Okay. Ultra überletzt. Definitiv! Definitiv! Geisterbox! haben wir gehört er ist gut okay okay ich habe so dann bräuchte das auch nicht mehr hat sich das erledigt und die schreien gibt's nicht so was könnte es jetzt noch sein nach das ist doch egal aber ich könnte ja doch 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 kommt den vierten beweis machen wir noch mit könnt ihr jetzt eigentlich nur noch gefriert temperaturen sein definitiv es müssen gefriert temperaturen da sein kann schon zeig dich ich will das minus sehen ich will das minus sehen behind you bist du immer minus ich will mein minus ich will meinen minus gibt mir mein minus da na also so letze respiesen letzten respys sind ich bin so gut wer ist der beste change wer ist der beste J, J. Juhu Ja, scheiß auf die Aufgabe Leck mich doch Oder? Nein Nein, 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 komm Ich hab einen schicken Abschluss hier Ich hab keine Lust jetzt vom Geist noch Oder vielleicht doch Nein, 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 nein So ist das schon schön Yey, Mehmeck Wer hätt's gedacht? Juhu ja genau jj ha ha alle wieder aufgewacht juhu nicht schlecht astrein gefällt mir gut gefällt mir gut also die änderungen gefallen mir richtig gut ja auf jeden fall dementsprechend kann ich echt nur sagen ja ich weiß eigenlob stinkt zum glück gibt es keinen geruchsfernsehen und von daher naja gut okay also ich bin recht zufrieden ich hoffe ihr seid auch zufrieden mit mir hat euren spaß beziehungsweise eure euren ziemlich coolen schreckmomente wäre schon cool denn ich hatte sie ja definitiv aber jetzt muss ich auch sagen ist es wirklich schon so spät wer hat an der uhr gedreht und dementsprechend sage ich einfach mal gute nacht schön dass da gewesen sein würde mich freuen wenn ihr wieder da seid beim nächsten mal und gute nacht bis demnächst wir sehen uns sind ja nicht blind ciao ciao behind you check the equipment and get set up before investigating got the intel looks like this is going to be a tough one we've had reports of violence and it looks like they left in a hurry okay